Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Altstadt. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der noblierten Wohnung liegt bei ca. 50 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 800 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017